Schauen wir noch mal hin. Er hebt schon vorher ab, macht er natürlich clever. Er hebt schon vorher ab. Nennhuber chancenlos. Also fragwürdige rote Karte für Nennhuber. Langsam gehen dem Walter Hof der Innenverteidiger aus. Knapp fünf Minuten noch. Zehn gegen zehn. Ganz schön viel Arbeit für einen 111-fachen Bundesliga-Schiedsrichter hat sich Guido Winkmann möglicherweise auch anders vorgestellt. Jetzt reicht das Meppen. Geklärt von Segert. Meppen weiter im Ballbesitz. Gebers, Gebers! 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 Gebers!